Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, ich rufe auf die EO Championship im Super-Federgewicht angesetzt auf zwölf Runden. Zu uns in die rote Ecke kommt der Herausforderer aus dem Spotlight Boxing Team aus Stuttgart Vitali Theiver. Der Titelverteidiger, der EU-Champion im Super-Federgewicht aus Stuttgart, Vitali Theiver. Bein, die durch seine Reflexe besticht, gerade was die Main-Bewegung angeht, aber auch sehr, sehr schnell ist, steckt nur auf, geht immer weiter nach vorn. Ganz, ganz clever. Und bis zu dem Punkt ist Heidat immer weiter. Und ein Offerschlag abtauscht. Und stimmt auch wieder bei Daiver. Absolut. Und stimmt auch wieder bei Daiver. Das ist halt, ganz clever. Und Dich, also geht aber bei Daiver. Und stimmt auch wieder bei Daiver. Und stimmt auch wieder bei Daiver. Und stimmt auch wieder bei Daiver. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018